Jetzt endlich wissen die... Ja, tete tete! Moin Leute, Crazy jagt noch immer irgendwelchen Viechern hinterher. Ich kotze. Genau. Was machst du richtig? Alter, die Spur will mich so... Die Spur verarscht mich so hart. Also ich für meinen Teil renne jetzt hier lang. Wo so viel Nebel ist, dass ich kotzen könnte. Aua, 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 aua. Mein Gott. Wieso ist denn hier jetzt auch so viel Nebel, hör mal. Ganz ehrlich, hier oben. Ey, hier sind ja wieder so viele. Also nicht so viele wie vorhin, aber... Das geht mit denen ab, die machen komische Geräusche. Sauberer Schuss hier. Daneben. Och man, warum... Ich treffe die direkt in ihren hässlichen Pissschädel. Und die verricken einfach nicht. Du kannst halt nicht drauf. Ey, hier oben... Hier oben halt die Schnauze. Hier oben sind aber auch wieder richtig viele. Sind die gerade verbuggt? Ne, ne. Okay. Ich schlafe dir mal einfach her. Aber hier sind jans, jans viele, mein Freund. Die sind da alle hin mir ran. Juhu, es regnet. Als ob ich jetzt zweimal dasselbe Viech angehltet habe ich kotze. Ich kotze die Folgen nur rum. Das ist auch eine Spur, der man folgen kann. Folge dem Erbrochenen. Und du wirst etwas finden, das auch dich brechen lässt. Wow. Entschuldigung. Entschuldigung. Mann ey, wo ist dieses... Aber trennst du die jetzt im Kreis, du Arsch. Ich renne nicht im Kreis, ich renne meiner Blutspur hinterher. Die anderen... Oh lalalala, ich verfolge die direkt, Alter. Vier Stück. Aber es waren eben noch mehr. Alter, du Mist-Sau. Ey, komm, ganz ehrlich. Ach, du bist ja auch neben mir. Die sind da jetzt alle in die Richtung nagerannt. Okay. Ey, wenn du eins findest, bitte nicht ausnehmen. Ich bräuchte auch mal wieder was. Ich brauch Kohle fürs Visier. Verschwinde, das ist mein Let's Play. Und meine Beute. Ja, hast du Pech? Alter, Peter, wenn du das jetzt... Wenn da jetzt irgendwo eins liegt, ne? Ich hasse dich. Wirklich, ich hasse dich dann so sehr. Nein, man muss lieber, wo die sein sollen. Hast du überhaupt keine Ahnung? Du schießt ja auf Träume. Wow. Ich will jetzt dieser Spur hier folgen. Das Vieh scheint gesund zu sein. Das wollen wir ändern. Gib mich mal fern, Klaas. Ich hab überhaupt keinen Überblick mehr mit dem Scheißnebel. Meine Fresse. Da unten steht eins. Da pösch ich mich jetzt ran. Der Spruch, Alter. Ich mein Let's Play. Mann. Ja, ich brauch die Kohle. Ja, ich nicht, oder was? Ja, du hast aber keine Zuschauer, die unterhalten werden. Das legt sich da eiskalt hin. Glaubst du das? Ich will mein Tier finden. Wenigstens das Vieh. Komm schon. Du scheiß, äh, Vieh. Ich meinte grad nicht dich, ja. Oh, das steht so günstig. Ich will nur noch ein paar Meter näher ran. Hat uns gewittert, glaub ich. Da ist noch eins daneben. Nicht zur Seite gehen. Brauch ich erstmal meinen Fernklass wieder. Danke, du Scheiß. Wir hättest nicht einfach stehen bleiben können. Ich hab doch keine Ahnung. Seil. Ich hab zwei im Visier, du. Die sind direkt vor dir, Mann. Oh, lol. Da sitzen sie alle. Die hab ich noch gar nicht gesehen. Ich guck die ganze Zeit auf die Straße hinten. Oh, lol. Als ob du jetzt schon schießt. Sag mir doch Bescheid. Ja, ich wusste nicht, dass du mitschießen willst. Das war auf jeden Fall ein sauberer Schuss. Das Vieh ist direkt umgekippt. Na, hab ich schon angehütet. Na, ja. Ey, nee, hier ist Blut. Blut. So, wie viel krieg ich denn? 800. Sag mir bitte, dass es jetzt nicht das Blut ist, was zu dem... Ich hab die Blutspur nicht mal genommen. Ich hab die neue Spur genommen, du hässliche Quale, Alter. Farrreck an deinem eigenen Erbrochenen. Ich wünsche dir, dass du im Schlaf erprichst hast am nächsten Tag die ganze Wäsche. Fick dich, Alter. Ich meinte doch nicht mal dich, du. Die haben aufs Feld gekackt. Sag mal, steht ihr da auf dem Feld gerade? Nee. Ah, da hinten. Ich hab ein Tier gefunden. Endlich, meins. So. Du bist jetzt. Noch eine Blutspur, lol. Oh. Wahrscheinlich der. Ja. Das war jetzt aber ein sauberer Fernschuss hier, komm Lob mich, crazy, lob mich Geh weg Okay Das war deine Chance, einmal Beliebtheitspunkte bei mir zu sammeln Mir ist sowas von scheißegal, das solltest du mal bei mir überlegen, ey Arschloch Äh, wo ist mein Vieh verreckt? Bin grad zu blöd, das zu finden, muss ich zugeben Ich hab doch gesehen, wie das umgefallen ist, labert kein Mist Na, manchmal kippen die auch so ein bisschen zusammen und rennen dann weiter So ne Möglichkeit Tatsache, du, das blutet Meiche Fleischwunde, sagt's Na, gib mir doch das Fernklasse jetzt, würde ich zweimal bitten, Arsch Hm Hm Ich hab eigentlich gedacht, das Vieh hätte ich sicher Da hat sich's doch nochmal hochgestemmt Da war ein Rüf Mitten auf dem Feld Glaube ich sind Ey, ich Ich will Fasanen jagen oder Enten Ein Enten Fasan Nein, Enten, oder ein Fasan Hast du vorhin nicht noch Du hast doch vorhin auf Steam noch irgendwas geschrieben von Fasanen oder irgendwelchen Gänsen oder so Ja, äh, Kanada-Gänse soll es hier geben Okay Oh, Baum Nee, Raben, keine Ahnung Peter? Hä? Kommst du klar? Es geht Du jagst doch gerade in Richtung Süden, oder? Oh Gott, hier sind so viele Spuren wieder Da ist auch der Wind, ne? Ja, das Vieh, was ich ja will, das blutet schon Das legt sich irgendwann aufs Maul, hoffe ich So Wie oft scheißt denn das Vieh eigentlich? Hier liegt dauernd so ein Zeug auf dem Boden Hat das einen Durchfall, oder was? Sag mal Woher hast du eigentlich die Information, dass ich dir Gänse geben soll? Habe ich gegoogelt Achso Braucht du dich nicht nach dem The Hunter Classic Oh Mann, ich will auch mal ein Elch oder so jagen Das wäre auch mal interessant Ah, hier geht's lang Den scheint auch wieder eine Herde zu sein Da kommen so viele Rufe her Ja, und wo ist es hier jetzt letztendlich lang gelaufen? Wenn ich das mal fragen darf Hier lang Ich hasse das, wenn die Bieste so übelste Haken schlagen Jo Ich weiß nicht, wo es lang gelaufen ist, verfluchte Axt Als ob da draußen ist, wer Feuerwerk macht Also hier sind keine Spuren Dann gehe ich davon aus, dass Vieh ist weiter dem Berg rauf Gucken wir uns oben mal um Peter, wenn es bei mir im Hintergrund gerade knallt, bitte nicht beachten Ja Ich weiß nicht, wie ich mein verletztes Vieh finden soll Jo, so geht's mir auch Das führte definitiv hier lang Dann geht's hier Aha, hab die Spur wieder gut Das war in der Nacht Das war in der Nacht Das war in der Nacht Oh, das war echt Aha, jetzt sind wir hier back in der Nacht Also helft ich hier Das ist gut nachvollziehen Ich muss mich das Ich probiere Ja, 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 ich finde das Vieh nicht. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Irgendwas schönes, dem wir das Fell abziehen können. Das wäre doch was Nices. Also ich habe gerade was gefunden. Wäre ja auch mal geil, wenn man Wildschwein oder so mal kriegen würde. Dann ist schon wieder Flussgepratze. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Karte, sag mir, wo ich bin. Lol, wie bin ich denn hier hingekommen? Was bist du? Ein Aussichtspunkt. Na, da weiß ich ja, wo ich hinrenne. Richtung Kräschel, mich mal leifen. Ein Wildschwein. Ein roter Warnruf von einem Wildschwein. Oh mein Gott, haben wir das. Ich habe das auch gehört. Ich weiß noch nicht, wo. Richtung Westen. Na, von mir aus gesehen, von dir aus gesehen nach Norden. Wenn man vom Teufel spricht. Komm her, du Sau. Jetzt gehen wir WD Peters jahren. Es regnet. Ach du Scheiße, wie viele Spuren sind hier. Und Wildschwein spuren, oder? Ja, Wildschwein spuren, du mein Gott. Ich will das Wildschwein finden. Ah, das war ein Reh. Hm. Bin jetzt voll auf Wildschwein jagt. Mir würde es schon genügen, wenn mir irgendwas wieder vor die Flinte kommen würde. Ich brauche immer noch ein bisschen Knäde. Da, ein Wildschwein. Ich habe Wildschwein spuren gefunden. He he he. Jetzt geht die Jagd aber richtig los. Wo sind die Spuren? Da sind die Spuren. Läufst Richtung Wald, wenn ich das richtig sehe. Jo. Und habe einen Warnruf von einem Wildschwein erhalten. Und sehe es, glaube ich, sogar hinten. Pack, ich habe gerade eine Bewegung gesehen, aber... Das kann auch ich sein. Nee, nee. Ich... Ich habe dich... Du bist ja markiert. So, ich habe hier gerade unbekannte Spuren. Ich gucke mal. Wildschwein spuren. Äh, das Wildschwein ist wieder zurückgerannt? Nee. Ah, toll. Wäre natürlich mal interessant. Also hier im Wald sind 100 pro Wildschweine. Die sind nur leider nicht wild genug, dass sie angreifen. Wird er einem viel Arbeit ersparen. Naja, wenn du dann tot bist. Verfolgst du gerade Spuren, oder was? Jo. Brauche ich ja hier eigentlich gar nicht weiter gucken. Deine Richtung war schon wieder ein Warnruf von Wildschwein. Jo, ich habe den auch registriert. Ich sehe es. Ich komme... ...wieder. Hab hier gerade nämlich noch was entdeckt, glaube ich. Nee, gar nicht. Leute, da war noch ein anderes Wildschwein gerade. Ich will auch ein Wildschwein sehen. Bitte. Wann, die Viecher kann man verdammt nah ran. Kann man sprinten, die sind nicht so schnell. Ich hole gerade immer mehr auf. Wir gerade eigenermaßen hinterher zu kommen. Wir hoffen, dass ich jetzt nicht an 20 vorbeirenne. Oh, das ist cool. Das Schwein, das hinterlässt sogar richtig hier forschen im Getreide. Äh, im Gras. Machen Rehe ja auch. Ja, aber das fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal so richtig, richtig auf. Ach so. Das ist Schäme. Da hinten bist du ja, du Sau. Ja. Ja.